Daten sind das Lebenselixier der Wirtschaft. Eine fundierte Entscheidungsfindung erfordert den Zugang zu genauen und aktuellen Daten sowie die Fähigkeit, aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Genau hier kommt die Datenanalyse ins Spiel. Datenanalyse ist der Prozess der Umwandlung von Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse. Unternehmen nutzen die Datenanalyse, um eine Vielzahl von Ergebnissen zu verbessern, darunter Marketing-Effektivität, betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit. Hier sind nur einige Beispiele dafür, wie Unternehmen die Datenanalyse für ihren Erfolg nutzen, Steigerung des Umsatzes. Datenanalysen können Unternehmen dabei helfen, potenzielle Kunden zu identifizieren und sie mit personalierten Nachrichten anzusprechen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Verkauf führen. Bessere Kundenbindung Durch die Analyse des Kundenverhaltens können Unternehmen erkennen. Risiko Kunden zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, damit sie nicht abwandern. Verbesserte Entscheidungsfindung Die Datenanalyse kann Unternehmen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, da sie Einblicke gewährt, die sonst nicht verfügbar wären. Geringere Kosten Datenanalysen können Unternehmen dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie Geld verschwenden, und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ausgaben zu reduzieren oder zu vermeiden. Wie wir alle wissen, werden Daten in der heutigen Geschäftswelt immer wichtiger. Und mit den richtigen Tos können sie dazu genutzt werden, den Absatz und den Umsatz zu steigern. Analytik ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die Unternehmen zur Umsatzsteigerung einsetzen können. Durch das Verständnis des Kundenverhaltens und der Kundenpräferenzen können Unternehmen bessere Entscheidungen über Preisgestaltung, Produktentwicklung und Marketingstrategien treffen. Und mit der richtigen Datenanalyse-Plattform erhalten Unternehmen Echtzeiteinblicke in ihre Umsatzzahlen, die ihnen helfen, noch fundiertere Entscheidungen über das Wachstum ihres Unternehmens zu treffen. Wenn sie den Umsatz ihres Unternehmens steigern wollen, dann ist die Investition in Daten und Analysen ein guter Anfang. Mit den richtigen Tos und der richtigen Plattform können sie ihre Daten für sich arbeiten lassen und ihren Umsatz steigern. Durch die Analyse von Kundendaten können Unternehmen Muster und Trends erkennen, die ihnen helfen können, ihre Kunden zufriedenzustellen und zu binden. Wenn ein Unternehmen beispielsweise feststellt, dass seine Kunden mit der Qualität seiner Produkte durchweg unzufrieden sind, kann es Maßnahmen ergreifen, um die Produkte zu verbessern oder Rabatte anbieten, damit die Kunden nicht abwandern. Daten und Analysen können auch genutzt werden, um zu erkennen, welche Kunden abwanderungsgefährdet sind. So können Unternehmen proaktiv auf diese Kunden zugehen und versuchen, Probleme zu lösen, bevor sie zur Abwanderung führen. Insgesamt kann der Einsatz von Daten und Analysen zur Verbesserung der Kundebindung kann ein mächtiges Werkzeug für Unternehmen sein. Indem sie ihre Kunden besser verstehen, können sie sie bei Laune halten und sie davon abhalten, ihr Geschäft zu verlagern. Unternehmen stehen unter dem ständigen Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Rolle von Daten und Analysen besteht darin, sie bei diesen Entscheidungen zu unterstützen, indem sie Erkenntnisse liefern, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen. Daten und Analysen können auf verschiedene Weise zur Verbesserung der Entscheidungsfindung beitragen. Indem sie Einblicke in die Vergangenheit gewähren, können Daten- und Analysenunternehmen helfen, zu verstehen, warum etwas passiert ist, und Muster erkennen. Dieses Verständnis kann dann genutzt werden, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Daten und Analysen können auch Aufschluss darüber geben, was gegenwärtig geschieht, was Unternehmen helfen kann, bessere Entscheidungen für die Gegenwart zu treffen. So können Daten und Analysen beispielsweise dazu verwendet werden, aktuelle Trends zu überwachen und potenzielle Chancen oder Bedrohungen zu erkennen. Außerdem können Daten und Analysen dazu dienen vorhersagen, was in der Zukunft wahrscheinlich passieren wird. Diese Informationen können Unternehmen helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, wo sie investieren, wie sie ihre Ressourcen einsetzen und welche Strategien sie verfolgen sollen. Daten und Analysen spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Indem sie Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gewähren, können Daten- und Analysenunternehmen helfen, ihre Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu verbessern. Daten und Analysen können auf vielerlei Weise zur Kostensenkung beitragen. Zum Beispiel durch die Verringerung des Bedarfs an manuellen Prozessen, die Automatisierung von Aufgaben und die Verbesserung der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus können Daten und Analysen dazu beitragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Verschwendung zu reduzieren. Es gibt zahlreiche Fallstudien, die das Potenzial von DEDE und Analytics zur Kostensenkung aufzeigen. So hat eine Studie von McKinsey ergeben, dass datengestörte Unternehmen mit 23-mal höherer Wahrscheinlichkeit Kunden gewinnen als Unternehmen, die keine Daten verwenden. Eine andere Studie der Boston Consulting Group ergab, dass datengestörte Unternehmen 19-mal wahrscheinlicher profitabel sind als ihre nicht datengestörten Gegenstücke. Es spricht also viel dafür, Daten und Analysen zu nutzen, um die Kosten zu senken. Und es geht nicht nur darum, die Kosten zu senken, es geht auch darum, Daten und Analysen zu nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, was zu noch größeren Einsparungen führen kann. Es gibt viele Vorteile von Daten und Analysen, die sich Unternehmen zunutze machen können. Wenn Sie diese Vorteile verstehen und wissen, wie Sie Daten und Analysen in Ihrem Unternehmen richtig einsetzen, können Sie die Effizienz steigern, die Leistung optimieren und bessere Entscheidungen treffen. Außerdem können Daten und Analysen Unternehmen helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem Sie Aufgaben automatisieren oder Möglichkeiten für Kosteneinsparungen identifizieren. Insgesamt sind die Vorteile von Daten und Analysen enorm und vielfältig und machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jedes Unternehmen, das seine Abläufe verbessern will. Vielen Dank für die Lektüre. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, die Vorteile von Daten und Analysen in der Wirtschaft besser zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihr Unternehmen bei der Nutzung von Daten und Analysen unterstützen können, wenden Sie sich bitte an uns. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.